Am westlichen Ende der Bundesrepublik versteckt sich in der Talsenke der Mosel, Deutschlands kleinste Großstadt, Trier. Unweit davon dominieren auf dem Kirchberger Plateau Banken die gleichnamige Hauptstadt und das Land Luxemburg. Nebenbei sind hier auch viele europäische Institutionen wie der Europäische Rechnungshof oder der Europäische Gerichtshof beheimatet. Zusammen leben etwas mehr als 210.000 Menschen in beiden Städten. In der Großregion Saarlor-Lux-Wallonien-Westpfalz leben 11,2 Millionen Menschen. Das sind 3% der Gesamtbevölkerung der EU. Davon sind 200.000 Menschen Pendler. 160.000 Personen pendeln täglich nach Luxemburg. Im Jahr 2013 pendelten rund 29.500 Personen aus Rheinland-Pfalz nach Luxemburg. Davon kamen fast 29.000 aus der Region Trier. Trier gehört zu den Zentren der tabakverarbeitenden Industrie. Die Trierer kaufen ihre Zigaretten aber lieber billig in Luxemburg. Benzin ist in Luxemburg besonders günstig. Die Kraftstoffpreise in Trier hingegen gehören zu den höchsten im ganzen Bundesgebiet. Dafür ist die Mosel-Metropole ein beliebtes Shopping-Ziel für Luxemburger. In einer Zeit, in der die Frage nach der Europäischen Einheit heißer diskutiert wird denn je, wird Europa in Luxemburg und in der Region Trier schon lange gelebt. 45,9% der Einwohner Luxemburgs sind Ausländer. Über die Jahre ist auch Trier internationaler geworden. So stieg der Ausländeranteil von 1,3% in den 70er Jahren über 3,0% in den 80er Jahren bis auf 10,8% in 2014. Egal ob wahre Liebe oder reine Zweckgemeinschaft, beide Städte sind auch ein Teil der Quattropole. Und die Quattropole ist auch nur ein Bestandteil der Großregion. Und ja, die Großregion ist nur ein Teil von Europa. Wir dürfen weiter an Europa arbeiten und die Vision davon täglich leben. Auch außerhalb von Trier und Luxemburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017